Wenn du Eier hast, springst du jetzt hier runter. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einer Runde Garbage Day. Ich bin dieses kleine Männchen hier, muss hier durchlaufen und kann... Was mach ich? Ich kann hier die Tür aufmachen, um rauszuschauen und zu sehen, dass ich... Ich hab Nachbarn! In unserem Garten liegen tatsächlich sehr viele Waffen rum und ich kann... Ist ein ganz normaler Vorgarten eigentlich. Ich nehm einfach mal die Axt und kann sogar meinen Garten zerstören. Wie geil ist dieses Spiel denn? Eigentlich handelt es in diesem Spiel davon, dass ich irgendwie Müll rausbringen muss. Ich hab gerade das Auto des Nachbarn geklaut und fahr hier die ganzen Vorgarten kaputt. Kann ich theoretisch andere Menschen... Police will now kill you. Ich kann auch Bäume zerfahren. Wieso kann ich da denn nicht rein? Falls euch die Musik nervt, ich hab's tausendmal probiert, die irgendwie auszustellen, aber es ist nicht möglich. Mann! Ich zerfahre gerade einfach hier die komplette Nachbarschaft und töte Menschen und zerstöre Bäume und Träume und Müll und hab bisher alles gemacht, dass man Müll rausbringt. Mir wurde auch vor zwei Minuten gesagt, dass mich die Polizei jetzt töten wird. Allerdings gibt es hier, glaube ich, gar keine Polizei so richtig, weil sonst wäre ja schon welche gekommen. Ich glaube, die Musik ist aus, Freunde. Yes! Wir können alles machen! Und wir haben keine Musik mehr! Hey, Nachbar, ich will... Hat das irgendjemand gesehen? Das hier vorne sieht so aus, als sollte man das tatsächlich nicht kaputt machen, denn es... Ich bin tot. Nein, die Musik ist wieder an! Okay. Auch wenn die Musik einen noch so sehr aufregen kann, wir haben eine Slow-Motion-Funktion. Ist eigentlich nichts Besonderes. Ich laufe hier ungelogen schon seit sechs Minuten rum und versuche, dass irgendwie diese Musik aufhört, aber... Wie lange haben wir denn vorhin darauf gewartet? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin in irgendeinem Raum, wo... Was ist das hier? Yeah! Jetzt können wir uns wieder den alltäglichen Aufgaben eines Vorstadtbewohners widmen. Alter. Die Grafik von dem Spiel finde ich aber ehrlich gesagt richtig nice. Allein wie dieser Rauch da oben aufsteigt, gefällt mir. Da wir ein vorbildlicher Nachbar sind, werden wir uns natürlich mit den Nachbarn unterhalten über die Probleme... ... Anscheinend ist der Stein attraktiver als ich. Oh, schaut her, wir haben Melonen und äh... ...Das ist ein Geschenk von mir für dich. Nimm! Melanie Melone! Nimm sie! Ich versuche jetzt wirklich mal etwas in diesem Spiel zu schaffen, und zwar eine Melo... Sorry. Ich packe die Melone in den Mülleimer und mich selbst natürlich auch. Ich nehme jetzt einfach mal den Müll mit, mit Melan... Melan... Melanie! Das Geile ist auch, wir können wirklich in jeden Haushalt irgendwie reingehen und uns überall umschauen, ob irgendwo was ist, ob da Müll ist und, äh, wir können auch Basketball spielen. Ben, Basketball, komm! Nailed it! Huuuuh! 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 Das ist mein Haushalt und ich werde Melanie Melone hier drin behalten und sie schön waschen. Und dann ist das hier mein, mein ganz normales Frühstück. Melanie ist ein bisschen kalt gewesen, weil ich sie gerade mit dem Wasser da vollgeschüttet habe, deswegen wird sie jetzt ein wenig aufgewärmt. Geht's dir gut? Melanie? Melanie hat's in der Mikrowelle leider nicht so gefallen, deswegen ist sie jetzt im Backofen drin und, äh... Huuuuh! Ich hab'n Herd! Go! Go! Go, Melanie! Go! Go! Mach doch was! Wieso geht denn das jetzt von vorne los? Und die Musik ist wieder da! Ich könnte heulen! W- Oh, ich hab' Licht! Was soll denn dieser Scheiß? Dann mach' ich schönere Musik! Ich will mich in dieser Nachbarschaft einfach nur umbringen! Ich hasse euch alle! Geht einfach weg von mir! Ich will nicht mehr mit euch zu tun haben! Ich will einfach nur mit Melanie Melone mein Leben verbringen! Haha! Einfach den Baum zerschossen! Haha! Ich will nichts mit euch zu tun haben! Ihr regt mich einfach nur alle auf! Ich wollte nur freundlicher Nachbar sein und den Müll rausbringen! Und jetzt ist es wie alles! Er wurde da sein! Es ist alles! Ich will einfach nicht mehr leben, ey! Ich wollte ein netter Nachbar sein und keiner hat es mir erlaubt! Ich will nicht mehr leben mit euch blöden Nachbarn! Ihr will einfach nur wieder nach Hause! Wenn ich da oben angekommen bin, werde ich springen! Meine Fresse! Wie lange ist denn diese blöde Treppe? Jerry, du warst mir schon immer ein guter Freund, aber... Bin ich... Bin ich behindert? Wenn du eier hast, springst du jetzt hier runter! Waaaaaaaaaahhhh! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh! The following process has crashed! Das hier ist gerade die Fehlermeldung, die ich hier sehe! Wenn euch das Video vielleicht trotzdem ein bisschen gefallen hat, obwohl es komplett random war und eigentlich gar keine Story beinhaltet hat, Dann zeig es mir mit einer Bewertung. Ich habe das Ganze bei PewDiePie gesehen und dachte mir, es macht Spaß, aber hat es nicht gemacht. Außerdem sollte der Titel eine Anspielung auf den derzeitigen, total kindlichen YouTube-Beef sein. Tschüss, wenn du Eier...